Weil ein Herz hat für Unternehmerinnen und Unternehmer, weil ich selbst einige Jahre lang unternehmerisch tätig war. Ich weiß, wie schwierig es ist, gerade für Kleinst- und Kleinunternehmer im Alltag zu bestehen und weil ich an verschiedenen Stellen im Wahlkreis, wie jüngst, einem Metallbauunternehmen in Pasewalk geholfen habe, an Fördergelder ranzukommen, also Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen, dabei, dass sie existenzsichernde Arbeitsplätze schaffen, dabei, dass sie Ideen verwirklichen können. Das ist mir wichtig und da habe ich mich in den vergangenen Jahren auch bewiesen. Geht hat sich auch bewiesen. Die Linke hat selber eine Mittelstandsvereinigung, Orvos heißt die. Die Linke hat in ihren Reihen nicht wenige Unternehmerinnen und Unternehmer, nicht wenige Geschäftsführer, die selbst mit beiden Beinen im Leben stehen und wissen, was für unternehmerisches Handeln gut ist und mit ihnen berate ich mich gern.